jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neunten video hier auf meinem kanal heute habe ich für eine challenge und zwar die challenge keine ahnung wie die heißt scheißegal und ja hier ist die erste runde und die zweite runde ist dann bei meinem freund feri bruh seine challenge ist in der infobox verlinkt und wir fangen mal an ja jetzt kommt die erklärung und zwar jetzt machen wir meine challenge und meine challenge ist wir schießen von hier also der ball ist dann hier und wir schießen dann also die jacke müssen wir dann noch in die mitte tun und wir müssen dann in diesem feld von den jacken die weiße wand treffen und wer es nicht schafft der bekommt dann eine bestrafung und die zweite challenge ist bei feri bruh und ja die ist wir schießen von dort hinten irgendwo und ja dann müssen wir ohne drehung und so und so müssen wir ohne drehung diese weiße wand treffen glaube ich auch in diesen zwei ja jetzt geht's go 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 Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass dein Arrrr da. Und ich würde mich über ein Arrrr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.